Leute, wie versprochen möchte ich heute auf YouTube die Respawn Studio Tour posten. Ich zeige euch die Lobby, ich zeige euch das Parkdeck, was eine richtig geile Aussicht hat. Ich zeige euch den Pausenraum und vor allen Dingen den Gaming Raum. Dieser Riesenraum mit keine Ahnung wie viel Dutzenden PCs, mit den ganzen anderen Creatoren, Pro-Gamern und so weiter und so fort. Das war eine richtig, richtig geile Erfahrung. Ich bin jetzt seit anderthalb Wochen zurück und jetzt setze ich mich hier endlich mal ran. Für die Global Series mache ich jetzt kein extra Video. Ich habe auf TikTok und auf Instagram eine Menge gepostet. Schaut euch das gerne an, auch die Respawn Studio Tour habe ich da gepostet, aber nur Stück für Stück, alles einzeln. Jetzt gibt es hier ein komplettes Video. Ich habe das Studio nicht von außen fotografiert, weil ich es glaube ich auch nicht von außen knipsen durfte. Das ist jetzt schon das Parkdeck. Das ist eigentlich das Einzige, wo du von außen sehen könntest, dass es die Respawn Studios sind. Aber da musst du dann schon auf dem abgesicherten Gelände sein. Das heißt, von außen würdest du es einfach mal gar nicht erkennen. Sieht ultra nice dort aus. Es ist absolut schick alles. Und wir fangen jetzt direkt an. Wir kommen hier aus dem Fahrstuhl mit einem richtig geilen Respawn Logo. Dort wirst du gleich von den YouTube Buttons 100.000 und 1.000.000 Abonnenten begrüßt. Das ist quasi die unterste Etage. Es gibt noch mehrere Etagen. Wir durften uns aber nur unten bewegen. Hier gibt es eine Menge Preise, die Respawn abgesahnt hat mit Apex Legends und so weiter und so fort. Hier sitzt auch normalerweise der Sicherheitsmann. Das ist jetzt quasi die ganzen Pro-Gamer sind jetzt einmal schon in der Gaming-Session so ein bisschen am Pause machen. Und ich habe die Zeit genutzt, um einfach mal alles in Ruhe aufzunehmen. Als wir da angekommen sind, war ein riesen Lärm. Deswegen hier nochmal alles einzeln der Pathfinder-Lebensgröße. Der sieht so, so unwahrscheinlich genial aus. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Ordner, die da so stehen. Die haben wir aber nicht durchgeblättert. Hätte wahrscheinlich alles ein bisschen zu lange gedauert. Und dieser Button sieht geil aus. Dieser eine Million Button, das ist schon echt nice. Hier die 100.000 Abonnenten. Und diese ganzen Aufsteller, die da so stehen. Alle in Lebensgröße von den Legenden. Ich hätte sie am liebsten mitgenommen. Aber die sind halt wirklich riesig. Die sind auch nicht aus Pappe. Die waren aus so einer Art, ich habe keine Ahnung, so ein Pappmaché, so ein stabiles. Hier Bangalore, eine Lifeline-Drohne. Richtig geil. Und so ein riesen Explosive-Tick. Bis heute nicht im Spiel. Wundert mich. Gibt es schon seit Ewigkeiten. Auch als Gun-Charme. Und das ist der Blick nach oben in die Lobby. Da oben durfte man leider nicht hin. Da sind wahrscheinlich eine Menge Büros, wo die Devs an dem Spiel basteln. So, dann geht es weiter Richtung alle anderen Räume. Pausenraum, Gaming-Session-Raum. Rechts gehen wir jetzt aber erstmal aufs Parkdeck. Hier links kurzer Blick in die Gaming-Session, wo ein bisschen Pause gemacht wird. Also der Raum ist unwahrscheinlich genial. Freu dich da gleich drauf, wer das jetzt auf Instagram oder TikTok nicht verfolgt hat. Ansonsten übrigens gerne auch auf TikTok mal vorbeischauen. Und ich versuche hier mal noch einen Link reinzuknallen. Das ist das Parkdeck. Guckt euch einfach mal das Wetter an. Es war nicht sehr warm. Es war ungefähr 20 Grad. Aber es hat sich angefühlt wie 35 Grad. Das ist irgendwie in Kalifornien doch eine andere Hitze, die du da spürst. Ein 180 Grad Blick. Hier sieht man ein bisschen von außen die Respawn Studios. Aber nichts, was erahnen lässt, dass es Studios sind. Ringsrum, Palm, ohne Ende. Schöne Gebäude, schöne Gegend. Ich weiß gar nicht, in welchem Stadtteil von L.A. das war. Kann ich mich nicht entsinnen. Aber es ist einfach eine absolute Traumkulisse, wenn du da arbeitest. Willst du mal kurz ein Päuschen machen, stellst du dich da hin und haust dir ein Erfrischungsgetränk rein oder 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 oder. Also der Blick ist extrem nice. Hier sind wir im Pausenraum. Der ist auch extrem schön designt. Auch noch ein paar Papp-Absteller. Vergeblich nach einer Loba gesucht. Wahrscheinlich irgendwo oben. Kam man nicht ran. Da war noch ein bisschen vom Buffet übrig. Die Küche. Hier konnten wir uns auch bedienen. Kühlschrank auf, Kühlschrank zu. Rein damit. Kaffee, Snacks und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir in den Gaming-Session-Raum. Zieht euch einfach mal rein. Wie abnormal genial der aussieht. Hier sind lauter Leute gerade am Basteln. Hier vorne sehen wir The Gaming-Merchant und Simply Ashton, die eigentlich ganz hinten rechts saßen. Keine Ahnung, warum die auf einmal einen Platz gewechselt haben. Hier sind ein paar Devs unterwegs. Hier der Kollege mit der Brille, Karim Cheesy, auch ein sehr, sehr bekannter Influencer. Aber wie gesagt, wer mich kennt, weiß, ich kenne wahrscheinlich viele von den Leuten gar nicht. Nicht wahrscheinlich. Ich kenne eigentlich 90% der Leute, die dort vor Ort waren, überhaupt nicht. Hier vorne links war mein Platz. Das Girl, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Da guckt sie gerade. Neben der habe ich gesessen. Das ist auch eine sehr, sehr bekannte Streamerin. Und ich würde auch sagen, Richtung Pro-Gamerin. Sie war auch schon mal, ich glaube, das höchste, was sie erreicht war, war Pratt34. Ich weiß nicht. Lutilu hier. Und noch einige andere. Hier zwei französische Mädels. Streamerin, sehr sympathisch. Die neben dem Typen mit dem orangenen Käppi und dem orangenen T-Shirt stehen. Ja. Also dieser Raum ist nicht von dieser Welt. Guck dich diese ganzen PCs an. Die Optik und die Farben wirken nicht mal ansatzweise so, wie du, wenn du da drin stehst. Das ist einfach, es ist einfach, einfach, einfach krass. So, jetzt machen wir hier noch einmal ein paar Eindrücke aus dem Gaming-Raum. Hier zwei riesen Monitore. Da wurden uns noch mal alle Trailer gezeigt. Ja, das ist schon Wahnsinn. Da sehen wir, der Gaming-Merchant. Da sitzt er an seinem eigentlichen Platz, wo er anfangs saß. Und viele andere. Hier ist Ambush. Die kennt man, glaube ich, auch. Eine amerikanische Streamerin hier. Ihnen ja auch. Den Kollegen, Soar, irgendwas. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne die ganzen Namen nicht. Ich, also die meisten, die ganzen Amis untereinander, die haben sich begrüßt. Hier ist noch eine Deutsche mit dem Hut. Eine deutsche Streamerin. Macht aber alles auf Englisch. Hätte ich nicht gewusst, dass sie eine Deutsche ist. Wir waren ja nur drei Deutsche. Hätte ich auch ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Ja, hier ist Luti Luz Platz. Das war schon. Also wirklich. Und ich weiß leider nicht, was das für Headsets waren. Bei diesen Headsets, also Leute, alle, die Probleme mit Steps haben. Ich glaube, es liegt wirklich an unseren. Hier sehen wir übrigens ein paar Goodies, die wir so bekommen haben. Ich kann noch mal kurz zurück machen. Bei diesen Headsets hörst du einfach alle Stepsounds. Das ist abnormal. Links haben wir so einen Fischerhut. Dann war in diesem Karton, war ein, so ein XXL Starbucks Becher, die man so kennt mit dem Apex Logo. Dann hatten wir rechts, da war so eine Art Metall Batch. So ein Apex Coin mit einem Nessi drauf. Ein Creator, Terminbuch, Kalender und so weiter und so fort. Die haben sich da schon was einfallen lassen. Wie gesagt, die Headsets waren extrem genial. Ich weiß nicht, was das für Headsets waren. Also die Headsets bei der Test Session und auch die Headsets bei den Global Series, wo ich auf der Bühne mitzocken durfte bei dem Solo Event. Und du hast einfach die Steps gehört. Und da dachte ich, okay, wir Deutschen beschweren uns, dass es keine Stepsounds gibt. Ich glaube, wir sollten uns über die absolut übersteuerten Headsets mal Gedanken machen. Was da verkehrt läuft, dass wir da nichts hören. Weil ich habe dieselben Probleme auch in anderen Shootern. COD oder X-Defined. Das ist nichts anderes. Ich glaube, die meisten Headsets, die wir so bekommen, sind einfach Schrott oder einfach falsch eingestellt. Gerade das Astro, was ich habe. Da hast du ja einen Equalizer drin und allmöglichen Spaß, den du nicht brauchst. Und dadurch ist der Sound so abnormal. Verzerrt wahrscheinlich, dass du viele Effekte hörst und nicht die Stepsounds. Ja, das ist alles ein bisschen verrückt. So, hier noch ein paar Fotos. Nicht mehr allzu viel. Hier ein Foto mit The Gaming Merchant. Das ist, ich würde sagen, der größte YouTuber überhaupt in Sachen Apex Legends. Mit knapp 900.000 Abonnenten auf YouTube. Der hat, glaube ich, auch fast seit Anfang an das Spiel verfolgt. Er wirkt sehr schmal und sehr groß in seinen Videos. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber wenn du live vor ihm stehst, er wirkt sehr unscheinbar. Sehr, sehr ruhig, sehr, sehr schüchtern. Bisschen kleiner. Ja, aber ein sympathischer Typ. Ja, ist tatsächlich aber nur zwei Tage geblieben. Die Respawn Studio Tour hat er sich gegeben. Dann am zweiten Tag war er auch noch da. Und die Global Series, als es richtig losging, da ist er mit Simply Ashton schon wieder zurückgeflogen. Hier, Girl, die bekannte Streamerin aus Kanada. Sehr sympathische Lady. Das hat mich sehr gefreut, die kennenzulernen. Dann haben wir jetzt nochmal einfach mit Pathfinder. Schönes Bild, der Pathfinder. Ich würde mich am liebsten hier irgendwo hinstellen. Weil er sah so, so geil aus. Ohne Mist. Das hat so Spaß gemacht. Und hier nochmal ein einzelnes Foto. Ich versuche irgendwie mal noch rauszubekommen, was das für ein Headset ist. Leute, wenn jemand hier am Start ist, der sich mit Headsets auskennt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was das für ein Headset sein könnte. Ich weiß es leider nicht. Sie sind auf jeden Fall alle kabelgebunden. Ob das hier bei den Test Sessions war oder bei den Global Series, das waren immer kabelgebundene Headsets, was vielleicht auch nochmal einen kleinen, feinen Unterschied macht von der Qualität. Ich kann euch übrigens sagen, was das Thema Steps anbetrifft. Bei den Global Series, die Headsets, 1000 Euro ungefähr kannst du rechnen mit dem Headset. Das kannst du einfach. Ace Zone nennt sich die Firma der Global Series Headsets. Ace Zone, die Untermarke kenne ich nicht, kann ich euch leider nicht sagen. Aber das ist ein Headset nicht von dieser Welt. Da hast du wirklich die Sounds perfekt gehört. Du hast die Steps gehört und vor allen Dingen die Umgebungsgeräusche in der Arena. Das Publikum war ja sehr laut. Der Kommentator war sehr laut. Das hat alles so geil unterdrückt, dass du dich einfach richtig geil auf das Spiel konzentrieren konntest. Das war der Nachteil bei den Headsets hier. In dem Raum war es auch so unwahrscheinlich laut, dass du teilweise das Spiel und dein eigenes Wort nicht verstanden hast. Weil die Leute wirklich, wir haben ja die ganze Zeit Solos gegeneinander gespielt. Dann haben wir auch mal eine Weile Trios gespielt auf Broken Moon gegeneinander. Und die Leute sind immer gegenseitig extrem ausgerastet. Wer wen wie geholt hat und wie krass das alles war. Das war alles sehr, sehr beeindruckend, aber auch anstrengend sich aufs Spiel zu konzentrieren. Weil du ja auch deine Aufnahmen machen musstest. Und du hattest halt den ganzen Krach, den konntest du nicht unterdrücken. Den hattest du in deinen Aufnahmen. Deswegen waren leider die Aufnahmen nicht ganz so hochwertig, wie ich gehofft hatte. Aber das ist jetzt eher jammern auf hohem Niveau. Aber das war glaube ich so das ereignisreichste und das geilste, was ich in meiner kompletten, ich glaube jetzt mittlerweile sechsjährigen YouTube-Karriere und ein bisschen über fünf Jahre mit Apex Legends erlebt habe. Das wird so schnell wahrscheinlich nicht getoppt. Sicherlich wird es die ein oder andere Einladung nochmal geben. Ob das die Größenverhältnisse werden, das kann ich jetzt fast nicht. Also das würde ich jetzt fast bezweifeln. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen. Spieletestmäßig geht es nur von zu Hause oder L.A., weil da die Studios sind. Es gibt auch in Kanada noch ein Respawn Studio. Das wäre vielleicht noch interessant mal zu sehen. Und ansonsten war es das erste Mal mit meiner Respawn Studio Tour. Ich hoffe, euch hat diese Tour gefallen. Ich konnte ein bisschen, ein bisschen Flair aus L.A., aus den Studios mit rüberbringen und euch zeigen. Es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man nicht selber dasteht. Es war auf jeden Fall extrem, extrem genial. Leute, ich bin gespannt, was ihr zu schreiben habt, zu sagen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf da rein. Ciao.